Servus Leute! Schönen guten Morgen! Haben wir schon was für die Outtakes? Servus Leute! Hava Dere für Preußen heißt es Hallo! Wir sind jetzt auf dem Weg ins Pitztal und werden euch jetzt versuchen ein bisschen videotechnisch mitzunehmen auf unserer Reise und im Rennen und werden da ein schöner Film zusammenschneiden. Servus Leute! Wir sind jetzt in Pitztal angekommen. Wir wohnen ca. zwei Kilometer von Mandarfen entfernt und leider hat es jetzt hier auch noch mal komplett geschüttelt. Das ist das Gewitter. Gerade geht es jetzt einigermaßen. Es regnet aber. Es soll bis 20 Uhr glaube ich. Soll es regnen und dann soll es aufhören. Wir hoffen wirklich, dass es auch noch aufhört. Das ist ein großes Mimimi. Schon gescheit nass heute. Ja, da macht es halt dann auch echt keinen Spaß. Naja und jetzt holen wir nachher die Startnummer und dann hören wir uns das ganze mal an, was die uns so erzählen. Und jetzt motivieren wir uns noch ein bisschen gegenseitig. Und zwar drei Halbe. Und dann geht es hinaus. Und dann geht es hinaus mit dem Mittagstag. Für sein Abend wieder ein Like. Auch das roten Video war euch zu sehen. Und wir zählen dann alle gemeinsam von zehn neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und Tobi ist fit. Und dann sieht man, geht es gut hoch. Wir sind bei 2160 Kilometer. Und jetzt geht es weiter. So, höchster Punkt ist erreicht. 1300 Kilometer haben wir. Wir sind jetzt am Gletscher oben laufen durch eine Gletscherzange. 1300 Kilometer haben wir. Läuft euch ganz gut. Es ist super technisch, macht aber richtig viel Spaß. Und jetzt zeige ich euch noch etwas von der Strecke. Super Weg zum Laufen. Schön technisch, aber echt, echt schön. Jetzt schaut euch mal diesen Ausblick an. Tobi macht wieder Pause. Salz. Geht es gerade auf den Gletscher zu? Hoffentlich habe ich das jetzt am Video drauf. So, dann tun wir die Spikes dann. Und dann geht es im Gletscher. Vier Wochen war ich hier zum Laufen, weil das noch ein bisschen der Schnee. Und dann läuft es. Supergeil. So, downhill vom Gletscher runter kommt jetzt. Jetzt sind wir gespannt, wie technisch das wird. Aber ich glaube, man kann es eigentlich gut laufen. 1400 Höhenmeter haben wir. Heißt, es ist die Hälfte von der Strecke. Auf die ersten 8 Kilometer. Genau, auf die ersten 8 Kilometer. Also, anspruchsvoll, aber super, super, super schön. Landschaftlich mit das Beste, was ich bis jetzt gesehen habe. So, wir sind im Anstieg zum Riffelsee hoch. Unten haben wir jetzt kurz Pause gemacht, was gegessen. Und die Spikes und Stirnab und so abgeben. Ja, und jetzt schauen wir, dass wir da noch einigermaßen zügig hochkommen. Es geht besser als gedacht, ehrlich gesagt. Strecke können wir ja schon. Wir sind gerade am Riffelsee. Da oben ist die Sonneralm. Da war noch die vorletzte Verpflegung. Jetzt sind wir da runtergelaufen. Und jetzt geht es den schönen Weg. Tobi, alles fit? Na ja, bis aufs Nie und Sprachverlust passt alles. Ja, optimal. Dann läuft es ja wie geplant. Genau, jetzt laufen wir da hinter. Und dann geht es da hinten hoch. Und in 14 Kilometern ist die Tasche auf einem. Und dann geht es nur noch ab. Dann haben wir es eigentlich schon geschafft. Also in 14 Kilometern noch kämpfen. Und dann gibt es halbe Bier. So, jetzt laufen wir Richtung Blodersee. Supergeiler Trail. Dann geht es eigentlich bergab. Und vom Kopf her sind wir fast schon da. Mal schauen, was wir mit einer Stunde sagen. Aber, nein, es ist echt. Tolle Trail ist einfach zu laufen. Oh! Scheiße. Gut. Zwei Stütze später. Zweimal einfach Pech oder Blödheit, aber es ist zum Glück nicht viel passiert. Ich bin ein bisschen ins Land aufgeschlagen und war ein bisschen das Knie. Aber das ist nicht so wild. Passt alles. Und 15 Kilometer lang recht. Ungefähr, ja, ja. Jetzt geht's erstmal bergab und dann wartet das Bier auf uns. Das Taschenhaus. Oh, ein gescheiter Anstieg und dann geht's bloß noch bergab. Und das kennen wir ja. Das Gewicht, glaube ich, das haben wir schon mal gehabt. Deswegen habe ich das Gewicht da vorne platziert. Da geht's zurück. Aber zuerst müssen wir mal diesen Trail hier zum Taschenhaus nach hoch. So, wir sind auf dem letzten Kilometer. Uns tut echt alles weh. Aber geil war's. Ja, es war mega. Und jetzt gibt's ab hier. So, und da ist es Ziel. Und das haben wir jetzt gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.